Hallo, ich bin DJ Bumbo und ich brauche dringend die Hilfe von Oli, denn einer meiner Tänzer hat sich richtig verletzt bei den Proben. Das heisst, ich brauche Ersatz. Oli, bist du bereit? Der markiert doch nur. Steh doch mal auf. Das ist ein Profi, der kann nicht mehr und deshalb brauche ich einen zweiten Profi. Na gut, Tanz ist natürlich mein zweiter Name. Music. Man nennt ihn auch die lateinamerikanische Antwort auf Schwacking Cortez. Er ist eigentlich der Balladentänzer schlechthin, glaube ich. Oli, ich freue mich schon auf dich. Du kriegst den besten Trainer, den du dir wünschen kannst. Wie, ich muss jetzt noch trainieren? Du kriegst Cortez, den Schleifer. Ich komme rein auf die Bühne und dann erstmal eine halbe Minute unbedingt. Ungefähr Applaus. Vielleicht sogar eine Minute. Zwei. Nur so, dass wir es erstmal drin haben, ja, für euch auch. Kennt ihr nicht so, aber mit Applaus ist echt ganz geil. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, okay, dass ich es drin habe. Eins, zwei, drei, vier, eins, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich fand mich ganz geil. Ich bin ein bisschen näher dran, dass ich dich zum Antanzen habe. Wer bist du eigentlich? Katrin. Katrin. Oder Katrin. Katrin. Entschuldigung, ich muss ganz kurz. Katrin. Okay, Katrin. Dann... Sorry, ich kann bei dem Läm echt nicht arbeiten. Sorry, wir trainieren hier, ja? Es ist eine knallharte Tanzshow und es wäre echt cool, wenn ihr einfach bei drin bleiben könntet. Liebe Freunde, wir haben einen Gaststänzer heute Abend. Hier ist Oliver Pochner. Ich bin sehr aufgeregt und ich habe mein schönstes DJ-Boa-Outfit an. Hier ist Chihuahua. Ich bin sehr aufgeregt und ich habe mein schönstes DJ-Boa-Outfit an. All right. Chihuahua. Getscha. Chihuahua. Ale. Chihuahua. 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 Oh, ich bin sehr aufgeregt. Chihuahua. Chihuahua. All right. Ich bin sehr aufgeregt. Pflanz舞. Das ist toll. Take vier Together. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Vielen Dank. Hier ist Charlot. Oh ein leckerl wolf Gedämpelt Juhl Falls du 3000 藤ans Ich bin ein Wachstum, ich bin ein Wachstum.